Sehr traurig. Ganz traurig. Ich hab doch ein Pü. Ich hab mich nebeneinander gebobbt. Wer ist die Sauberste bei euch? Wack. Was war ich heute in der Schule? Der Mond kommt jetzt an. Das ist Mavi. Ich muss euch anklopfen. Ah. Hallo Mavi, hallo. Wir machen nichts für uns zu. Ich bin eure Mavi und die Ani. Und die Ani. Wir haben heute Matching Pullovers. Pullovers vor allem. Heute bekommt ihr meine Herbst-Loom-Tour. Weil zu langweilig wäre, eine normale Loom-Tour zu machen, machen wir aber noch BFF-Fragen. Also Ani, das Rich Kid hat zwei Handys. Nein, aber wir haben hier einmal auf YouTube die Fragen drauf, die wir uns im Community-Tab gestellt haben. Und hier auf Instagram die Fragen, die wir am Instagram-Kanal bekommen sind. Und dann beantworten wir etwas inzwischen durch. Also ich zeige natürlich mein Zimmer. Und Ani liest dann die Fragen vor. Wir beantworten die dann. Genau, das wird cool. Lass gerne den Daumen nach oben da. Und jetzt sehr gerne meinen Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir direkt hier an. Also an der Tür müssen wir anfangen, weil ich habe diesen süßen Igel hängen. Okay, also ich weiß nicht, ob ihr mich noch daran erinnern könnt. Ich habe in meinem alten Zimmer in Deutschland so diese Lillie-Vier-Puchstaben Avia von Turing. Und ich wollte hier auch irgendwas haben. Deshalb habe ich diesen Igel. In diesem Herbstgrund. Ist eigentlich ganz süß. Und Ani, was machst du denn da hinten? Du versteckst dich ja so. Und du warst so schön dabei, von deinem Igel zu erzählen. Du wolltest dich nicht stören. Okay, wir fangen einmal ein bisschen da. Ja, also hier ist mal eine Pinnwand. Nicht besonders interessant. Okay, kommen wir zu der ersten Frage. Ja. Ähm, die ist ganz einfach. Wer ist älter? Ich bin älter. Ani ist älter. Also Ani ist im August geboren. Und ich im Dezember. Und deshalb bin ich auch ein bisschen unter ihr. Und sie ist über mir. Weil es noch mal ganz viele Fragen. Weil, wenn im August noch geboren ist, muss noch eingeschüttet werden. September ist auch noch. Ja. Aber ich bin im Dezember. Dann muss ich noch nicht eingeschüttet. Ja. Deshalb war mir nie eine selben Klasse. Sehr traurig. Aber jetzt geht es weiter mit einem Sideboard, Cupboard. Keine Ahnung, wie man das nennt. Also hier habe ich zuerst noch diesen Spiegel. Ich liebe den Spiegel. Der ist so cool. Ich habe hier meine Ketten drüber gehangen. So als Deko. Und den kann man so aufstellen. Ich verschiebe den da manchmal, wenn ich TikTok Sachen mache oder so. Und dann habe ich hier hinter die Lichterkette gelegt. Ich fand das... Ich fand das sieht so cool aus. Weil das so Zweige sind. Und das ist einfach so ein bisschen so Vibes gibt. Hier die Kerze habe ich auch mal angemacht. Das war sehr schwierig. Wir mussten so extrem lange Streichhölzer nehmen, weil die so einen großen Hals da hat. Hier mein kleiner Pumpkin. Der ist so süß. Der ist ganz weich, so samtig. Finde ich eigentlich ganz cool. Und hier in diesem riesen Glas habe ich ja dieses Zeugs reingefüllt. Und die... Wie nennt man das jetzt nochmal? Anni, wie nennt man das? Weizen. Das nennt man Deko. Weizen. Diese Büsche halt hier reingesteckt. Und ich habe in die Harspray eingesprüht, damit die nicht so buschig sind. Hat übrigens gut funktioniert. Dann habe ich hier mal Schmuck reingetan. Dieses Kästchen. Anni, du musst an die Fragen denken. Okay. Hatte dir schon mal einen sehr schlimmen Streit? Ja. Früher, weil... Der war aber... Der war ganz tragisch. Weil... Wir haben Jakari gespielt. Und es gibt diese tolle Person, die erst Regenbogen. Wir haben es darin gestritten, wer Regenbogen spielen darf. Wir hatten immer Argumente, dass ich meinte, ich könnte besser reiten als Mari. Und Regenbogen kann perfekt reiten. Und ich habe immer gesagt, Anni, warum willst du nicht Jakari sein? Jakari ist die Hauptperson. Viel cooler, damit ich Regenbogen sein könnte. Ja. Und ich mache jetzt immer mit ihren langen Haaren. Ich habe so lange Haare wie Regenbogen. Das war mein einziger Streit. Aber ich fand es auch nicht besonders weh. Okay. Hier in den Bücherturm finde ich voll cool. Ich habe die endlich noch aufeinander gestapelt. So das war Fun. Aber dann habe ich das einfach so gelassen. Hier in den Kürbis habe ich ein Teelicht reingestellt. Und das sind Halloween-Wipes. Genau. Habe ich hier vor kurzem noch die Gelande dreigemacht. Ich habe jetzt einfach so ein Tisch, so ein Tischuntersetzter Dings, weil das auch so Filz ist. Aber ich habe hier reingeklebt. Und hier hat sich nicht viel verändert. Per Million-Poster. Ein paar Bilder und so. Und in diesem Dings, in diesem, wie heißt das? Bilderbuch? Buch? Volles Bilderbuch von Anja. Foto. Buch. Es sind nämlich Bilder von Anja und mir drin. Weil Anja hat mir das mal zu meinem 11. Geburtstag geschenkt. Ja. Genau. Kurz Bett gerade durch. Hast du das? Nein, ich habe sie. Ich habe noch eine Frage. Und zwar tauscht ihr manchmal Anziehsachen. Ich habe heute alles von Mavi. Das ist meine Jogginghose. Ich habe ihr gesagt, die soll lange Sachen einpacken. Was ist die so? Ich habe gar keine Jogginghose eingepackt. Kann ich eine von dir auch? Ja, also da muss ich was erzählen. Ich wollte mir eine Jogginghose einpacken. Aber meine Mutter hat dann gesagt, du kannst doch nicht so eine dicke Jogginghose einpacken. Da habe ich diese Jogginghose wieder rausgetan. Und dann dachte ich, weil ich nur so dicke Jogginghosen habe, ich soll keine mitnehmen. Und jetzt habe ich keine mitgenommen. Und deshalb trage ich die von Mavi. Der steht ja sehr gut. Und wir haben gleich ein Pullover. Der war neu. Wir haben uns zusammen gekauft. Dann habe ich hier mein wunderschönes Fenster. Da habe ich dieses Summertime-Dings abgehangen. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie nichts herzliches gehabt. Dann habe ich hier meine Pflanze. Ich habe meine Oma direkt mal gefragt, was ich mit der machen soll. Meine Oma als Pflanzenexpertin. Sie meint, ihr müsst ein bisschen ansprühen und nicht ganz so viel Wasser geben. Weil ich habe Angst, dass die Kokosnuss verschillt. Bei mir passiert auch was. Ist das eine Kokosnuss? Das ist eine Kokosnuss. Das ist eine Kokosnuss und dann kommt eine Pflanze raus. Kann ich Kokosnuss essen? Nein. Question Time! Ich suche, ich suche, ich suche. Oh, da kamen gerade fünf Meter miteinander dieselbe Frage. Dann frag doch! Wie habt ihr euch kennengelernt? Wir waren früher Nachbarn. Ja. Das haben wir, glaube ich, schon sehr oft erzählt. Was ist da? Nein, eine rare Mann. Was? Ja, wir haben früher nebeneinander gewohnt. Ich glaube, mit zwei haben wir uns kennengelernt, oder? Mit elf oder zehn Jahren? Ja. Ja, zwei, drei waren wir. Ja. Und wir haben so nebeneinander direkt gewohnt. Das war voll cool. Weil wir haben uns auf der Straße getroffen. Zum Jakari spielen. Im Sonnenkasten. Ja, da waren wir so große Wiese. Da haben wir auch mal drauf gespielt. Das war mal richtig cool. Ja. Weil da haben wir über meine Oma gehohnt. Daneben war direkt einiges Haus. Ja. Dann haben wir leider sehr weit auseinander. Ja, sehr weit. Da ist sogar mehr zwischen. Aber ich bin leider die, die weggezogen. Du bist die, die weggezogen. Und sie ist, sie ist zuerst weggezogen, da wo wir nebeneinander wohnen. Du musst einfach mit mir hier. Und dann? Problem mit nahmen wir schon ein bisschen weiter auseinander. Und jetzt? Jetzt ist ein Meer zwischen uns. Sie ist danach aber auch. Ein Meer umgezogen. Ein Meer? Oh. Da kann ich nicht. Zwei Stunden bist du hier. In zwei Stunden? Früher war ich in 30 Sekunden bei dir. Die ist mir noch nebeneinander gewohnt. Da hast du auch weggezogen. Ja. Ja. Also hier ist mein Rollaschner Schreibtisch. Und dieses Bild. Dieses Bild von der Collagebank geht immer ab. So. Dran. Also da gebe ich die Hoffnung hier auf. Aber die Collagebank mag ich wirklich gerne. Also ich habe schon mal gesagt, dass ich die gerne mag. Aber sie ist cool. Und ist die Schaustecke eingesteckt? Nein. Aber es ist ja eigentlich anders. Eigentlich voll gemütlich. Ich hätte sich nicht viel verändert. Meine Lernkarten fängt französisch. iPad Stifte. Das kennt ihr ja schon. Ich hab das Gespenst angemacht. Das ist voll cool. Das braucht keine Batterien. Richtig praktisch. Hier ist es mein Diffume. Das ist so ein Wecker und ein Lautsprecher. Warte, ich mach den mal an. Der ist cool. Wieso hat der keine Batterien? Hä, der hat doch keine. Guck. Da war einfach so ein Ding drin. Muss man so rausziehen. Aber irgendwann muss das Ding leer sein. Das kann nicht dauerhaft funktionieren. Das ist so eine Lampe. Das ist einfach schon eine Batterie drin. Ja, bestimmt. I guess. We will never know. Wir können es kaputt machen. Nein. Hier ist auf jeden Fall mein Wecker. Und mein Lautsprecher hier darüber. Oh mein Gott. Kapitel 12. Das Lufttaxi. Ich hab Baby Bloxberg gehört. Okay. Aus. Weg. Der ist ja cool. Ja, der ist cool. Und dann hier kann man dann weiter. Okay. Aber der ist richtig cool. Da kann man richtig coole Sachen drauf machen. Mach den jetzt wieder auf, bis ihr wieder seht, dass ich Baby Bloxberg gehört habe. Aber mir war langweilig. Okay, wir kommen zur nächsten Frage. Wer hat mehr Kleider? Ja. Ja. Mavi. Wenn du über meine Kleider ausweist, dann brauchst du ja Daffeln so viele. Ja, sie braucht echt viele Klamotten. Ich war so lange nicht mehr in Alice Zimmer. Ja. Mit Haio. Mavis Klamotten sind echt toll. Meine Schreibtischstunde habe ich fertig. Mein Schreibtischstuhl ist immer noch derselbe. Ich habe mir jetzt Kuschelsocken an, weil meine Füße waren kalt. Hast du deine Füße nicht voll kalt? Nein. Mir ist nie kalt. Anni geht ja auch in Österreich in solchen Eisgletschern waren oder so. Ich. Okay, wir können mal weiter machen. Ja. Ich kann mich hier nicht verteidigen, wenn das dann nicht schlecht war. Oh, ich habe noch eine tolle Frage. Wer ist die sauberste bei euch? Mavi. Ich hatte meine Sachen hier irgendwo rumliegen. Die waren da. Und als wir am Strand waren, dann als ich wieder kam, dann haben wir alles weggeräumt. Ja. Ja, Mami, Mami, Mami mag das. Ja, das war voll, das hat meinen Blick für mich. Ich kann nicht einschlafen, weil es wohl noch nicht ist. Und denke so, oh. Irgendwann, wenn alles so um mich rumliegt, dann werde ich ganz verrückt. Das war Anni halt überhaupt nicht. Bei mir gar nicht. Bei mir ist das ganze Zimmer voll. Da muss irgendwann meine Mutter reinkommen und muss mir erstmal meine ganzen Sachen wegnehmen. Irgendwann muss ich aufräumen. Und dann, erst dann muss ich aufräumen. Andi weg. Nein, ich habe ja schön aufgeräumt. Ja. Ja. Also hier ist eigentlich Endis Luft, weil das haben wir nur kurz rausgetan. Weil ich meine Katze habe. Also die, die ich kenne finde ich auch voll cool. Die kann auch so Flash machen. Okay, das war peinlich. Äh, hier habe ich Pflanzen draufgestellt, weil die Heizung so nackig war. Ich freue mich schon mal, wenn ich die anmachen kann. Äh, hier ist mein LED, nicht LED, Galaxy Projektor. Das ist so ein grünes Körbchen. Das passt so voll gut zu meinen grünen Sachen, zu meiner Collagewand und so. Eigentlich ganz praktisch, wenn man irgendwas da reintun will, was nicht so hübsch aussieht. Mit den ganzen Kabel von dem Ding hier. Kann man es so einfach reinstellen. Ähm, dann ist hier mein Spiegel, Spieglein, Spieglein an der Wand, wie er es die schönste im ganzen Land. Ähm. Auf der ganzen Insel. Äh, hier ist mein der Collagewand noch erweitert. Ich mache jetzt eine Story vor und dann sieht man das so cool. Das habe ich aber auch schon als Zeit. Ähm, genau. Ich finde es auch cool, dass hier so die Lichter runterhängt. Voll gemütlich. Ich wollte zur nächsten Frage kommen. Möchte Anni auch nach Mallorca ziehen? Möchten? Ja. Können? Nein. Das ist so scary. Ich weiß nicht, ob ich das nie wurgel. In meinem Bett ist noch Platz. Kannst einfach... Ja. Ich kann auch irgendwo in seinem Pool da schlafen. Das passt schon. Ja. Das Luftbad kann auch hier stehen. Du kannst auch nicht mehr zur Schule... Du kannst mit auf meine Schule gehen! Nein. Was soll ich denn in der Schule? Ich bin schon... Ich bin schon... Die ist halt einfach super schlau süß. Ja. Ich bin echt super schlau. Was soll ich auch in der Schule sehen? Das ist der Schule aber wirklich. Ich komme jetzt zu meinem Bett. Ich liebe mein Bett. Das ist das aller coolste. Oh mein Gott. Ich habe... Ich habe ganz vergessen... So... Ignoriert mich. Wir haben das gerade provisorisch geregelt. Doktor, Doktor, Anja, Doktor, Doktor, Doktor. Ähm... Der ist abgefallen. Der lag unterm Bett. Ich habe mich immer voll erschrocken. Aber das Bett steht auch nicht genau mittig, weil hier das Luftbett war. Hier habe ich mal eine schöne samtige Bettdecke. Ich liebe die voll, weil die so schön weich ist. Und hier habe ich noch eine drauf getan. Also... So eine grüne. Muss man hier durch werden. Ich hasse das, wenn sie so verwurschteln. Ich habe gesagt, Mavi ist ordentlich. Richtig ordentlich. Kann ich die Herzmann machen? Guck. Wartet. Ich guck mal nach einer neuen Frage. Der Mond kommt jetzt ab. Der Mond ist aufgegangen. Nein, der Mond ist abgegangen. Der Mond ist abgegangen. Ähm... Okay. Erzählt euch wirklich alles. Wer will das mehr? Entschuldigung? Ich glaube, das ist echt die Frage, ob wir uns wirklich alles erzählen. Hm. Ich baue ihn dreimal auf für Leute. Keine Ahnung. Voll nicht geschätzt. Also von Geheimnissen? Ich glaube, wir haben keine Geheimnisse voreinander. Okay. Ich such mal eine neue. Oh, die Frage, die... Hey, schon direkt eine neue? Okay. Wir machen... Wir machen direkt noch alles. Duscht ihr zusammen? Routine natürlich immer einen. Ganz klar. Nein! Nein! Also... Nein! Also... Früher im Badeanzug sind wir nach dem Pool mal unter die Busche gegangen, aber... Nein, nein. Nein, das ist sehr komisch. Nein. Das fühlt sich auch so komisch an, wenn wir sagen, wenn ich meine Story sage, wenn ich hier jetzt will ich duschen. Und wenn ich ein bisschen hinzueinander duschen gehen und ich... Okay. Ja, aber nein! Was geht das? Na! Okay, dann sehen wir weiter in dein Zimmer. Äh, ja, also hier habe ich diese Kissen von Ikea. Ikea. Die fand ich cool, weil die so gut da zu dem Grün passen. Hat die Beige einfach hier vorgestellt. Und dann noch zwei andere hier hinter. Du verwurschtelst meine Decke! Nein! Ich habe es gesagt, sie haben sie so ordentlich. Gibt es eine so eine Erziehungsklinik für verwurschte Deckenleute? Okay, hier ist mein Nachttisch. Der ist neu. Den mag ich so gerne. Der ist voll cool. Ich wollte irgendwie einen neuen haben, weil der alte hat nicht mehr hier reingepasst. Dann habe ich so einen goldenen genommen mit so Glas und so Gold. Das fand ich voll geil. Ja, hier habe ich meine Salzlampe. Die finde ich echt cool. Hier ist das kleine Herbststräußchen. Hier finde ich immer so geil. Das hat einfach was mich beschreibt. Hier steht drauf, I promise to be more organized. Wow. Or at least I will do my best. Ich finde, das sieht so richtig schön herbstig aus. Auch mit dem Gelb und Gold und so. Genau. Ich lege nicht auf dem Weg, ich schreibe. Okay, wir kommen zur nächsten Frage. Das war mir schön hier Thema. Also was sind eure Spitznamen füreinander? Also über Whatsapp, nicht über Whatsapp. Nachrichten schreiben. Das ist einfach cool. Ich schreibe mal Nachrichten. Also der Grund, warum ich über Nachrichten schreibe, ist, dass ich keine Handyzeiten über Whatsapp meistens habe. Deshalb schreiben wir mal Nachrichten. Wir sind voll schlau. Also. Also über Whatsapp. Nachrichten. Nachrichten. Ist Mavi Macke. Und sie ist Annika. Bei unserer Autokorrektur. Ich schreibe mal hier Annina, weil ich sie nenne so Annina und nicht Anni. Und dann macht man Autokorrektur immer Annika. Deshalb heißt sie bei mir Annika. Und ja, bei mir ist auch so. Nachrichten. Kommt da Macke raus? Als hätte sie so eine Macke. Deshalb nennen wir uns jetzt immer Annika und Macke. Aber hier habe ich diese coole Leiter. Also da kann man ja nicht hochgehen. Aber die ist so im ersten Deko Leiter. Ähm, die fand ich voll cool. Die ist von mir Sautomandel. Die habe ich da so gesehen. Ich dachte, die muss mit. Klingt ja vorher das Softbrot, aber es passt nicht mehr. Ich habe jetzt diese Pflanze da gehangen. Ich dachte erst so einfach provisorisch so drüber. Aber jetzt sind die so nicht cool. Dann habe ich hier meinen Schal drüber gehangen. Der passt gut dazu. Täschchen. Und hier noch diese Herbstgelande. Genau. Und das war's. Oh mein Gott. Also mein Bad und mein kleines Zimmer. Wie auch immer man es nennen soll. Hat sich nichts verändert. Außer, dass da all meine Sachen, die ich hier weggeräumt habe, hingestellt haben. Und das Luftbett. Das Luftbett steht hier halt. Und da habe ich die anderen Sachen auf den Boden hingeschaut. Aber ja, das war's mit meinem Zimmer. Tada. Wir machen jetzt noch zwei Abschlussfragen. Okay. Machen wir mal ein kleines Q&A. Was war das Lustigste oder Besonderste, was wir zusammen erlebt haben? Ich fand die Kino-Familien immer geil. Ja. Wir waren immer auf Kino-Familien. So, jetzt oder nicht. Und wir haben Jumajokka gibt das nicht. Aber dann sind wir zusammen da hingegangen, haben wir Pappkorn gegessen, die Filme angeguckt. Wir sind über den Teppich gelaufen. Das war voll lustig. Und dann haben wir den Filme angeguckt. Das war voll cool. Das fand ich immer geil. Einmal musste ich einen Insektenburger essen und auf Rolltreppen tanzen. Das hätte ich nicht vergessen. Ich hätte so gerne auf Rolltreppen tanzen. Da standen diese drei Jungs vor mir. Die waren so 19 oder so. Und die sollen wir mittanzen. Und ich so, nee, passt. Ihr hört Marek, dieses Traumata... Traum... Trauma? In your best friend too. Pink, pink, pink. Girls, girls, girls. Glitter, glitter, glitter. Girls, girls, girls. Together. Forever. Melinda. And help. Best friends. Tiktok, tiktok. Unsere Lieblingsfarbe. Rosa? Du hast immer auch Poly-Turkis-Farbe. Ja. Dein ganzes Zimmer, ihr ganzes Zimmer war turkis. Ich hab sogar meine Wand-Turkis hingeschickt. Ja, ja, ja. So, okay. Wer ist nerviger? Anni. Ja, ist klar. Na. Ich glaube, über Nachrichten bin ich ziemlich nervig. Ich schreib immer sehr viele Daten. Ich hab mir erzählt, es war irgendwie 120 nervig oder so. Aber immer so, Macke, 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 wo bist du? Mir ist langweilig, mir ist langweilig. Hallo, hallo, ich fühle mich alleingelassen. Und ich so, Anja. Ihr wart wie am Strand und ich hab die ganze Zeit geschrieben. Ich hab die ganze Zeit geschrieben. Ja, ich hab die ganze Zeit geschrieben. Und ich so, und dann wusste ich wieder FaceTime machen. Und ich so, Anni, ich hab Sand in meinen Haaren und bin gerade im Auto gefahren. Also zurück zum Strand. Ja. Okay. Ich hab Anni und ihre Eltern heute Piper gesehen. Wow. Hallo, ihr müsst ein Foto mit Anni machen. Ich hätte gerne ein Beweisford. Würdet ihr zusammen auf einem Friedhof chillen? Ja, also ich hab gesagt, chillen so oft auf so Gräbern. Wüsst ihr so in Gräbern? Das ist nicht lustig, Anni. Nein, aber... Nee. Nein. Wie alt ist Anni eigentlich? 14, her birthday is on the 2nd August. Ich fand es jetzt richtig. Am 2. August und ich habe am 14. Dezember gebürzt. 2nd nicht 1. 1. 2. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 1. 2. 2. 2. 3. 4. 5. 5. 6. 4. 5. 5. 6. 6. 5. 6. Wir sind das schon bekannt. In allem. Ja. Waren sie. Schlafanzug. Elsa. Wir waren mal als Elsa im Kino. Und im Rewe. Anni kann irgendwie das mit ihren Füßen so gut. Die macht dann so. So und ich kann es einfach. Ich finde das. Ich habe es geschafft. Nein, das darf sie nicht schaffen. Ich möchte nicht, dass sie das schafft. Weil ich fühle mich dann gut. Ja, ich habe es schon. Sie macht einfach so und dann. Und ihre Wangen fühlen sich dann so gelenkig. Weil Mavi ist ja eigentlich so gelenkig. Aber dann fühle ich mich mal richtig gelenkig. Aber auch. Ja. Nein, du kannst es nicht. Ich verbiete das zu können. Nein, 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 nein. Da gibt es besser. Mögt ihr das gleiche an Essen? Generell schon. Aber sie mag sehr gerne Schafes essen. Chili con carne zum Beispiel. Ja, das ist sehr lecker. Sie ist so ganz so scharfe. Ja, bei uns halt gar nicht. Aber bei denen gibt es Fisch. Und ich mag keinen Fisch. Außer Fischdämpchen. Lachs ist ihre Lieblingsspeise. Nein. Heute gibt es Lachs übrigens. Nein, heute gibt es Fischstäbchen. Ich? Ja. Hä? Also heute gibt es bei Mavi. Kartoffelpüree, Möhren und Fischstäbchen. Also Kartoffelpüree. Was sagst du denn? Kartoffelpü. Nein. Kartoffelbrall. Der ist tollpatschiger. Wir sind beide tollpatschiger. Ja. Pizza oder Pasta. Pizza oder Pasta. Pizza oder Pasta. So, da ist die Frage. Pasta. Pizza. Also gerade in dem Moment nicht mehr. Du bist auf Pasta. Das mache ich nicht gar nicht. Spaketti und so. Und so. Und so Käse zerlaufen. Und so Butter und so. Und so in die Pizza. Nein. Noodle. Nudeln. Also ich mag beiges. Am besten ist Pizza mit Nudeln drauf. Pizza mit Nudeln drauf habe ich nach. Nudeln gegessen. Drei Fragen. Uno. Dos. Tres. Achso. Ich wollte gerade das erzählen. Ups. Kannst du ja italienisch machen? Äh. Und. Ich kann es. Ich kann es auf japanisch. Mach. Ich kann es. Ich kann es bis zehn. Nachmachen bis drei. Ich. 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 Wann ich mal kurz. Das ist richtig. Nicht Google ist. No. Ok. Uno Frage. Habt ihr BFF Hoodies? Ja. Ab heute haben wir BFF Hoodies. Heute. Ich muss mal beschaffen. BFF von die mit Alle ausbringen. Das wäre geil. Ja. Das ist cool. Dann überleg ich. Wer ist Pelico? Ich hatte diesen einen. Das ist eine Ding. Nobody will. story dass wer würde er ein freund haben es war dieses wer würde er und dann habe ich marie angekreist und meinte marie hatte doch schon viel lieb ich verlegte das video auf dem schönen i da könnt ihr gerne drauf klicken und euch das video mit philippe meinem boyfriend angucken ja mit philippe kawaii und dem philippe mit dem tollen profilbild und der was spielt polo polo entfährt das war's mit dem video bei dem tour und dem bff question answer und dings das geldt den da oben da und ihr seht gerne meinen kanal und schaut euch auf den der spanischen satz fehlt was nehmen wir als spanischen satz wir sind beste freunde ja das heißt du bist meine beste freundin ich ich wollte du bist meine beste freundin du bist meine beste freundin nein das habe ich mir an den test geschrieben 1 applaus ok dann ok dann shout out of the day heute grüßen wir die robin sie hat geschrieben wie alt und groß bist du also wir wie groß bist du 1,66 1,67 ich bin 1,70 was was ich bin 1,64 nein nein du bist größer nein ich bin 1,64 ich bin jetzt sei ich ein pflaß gemessen dünn also nein sie ist 14 die ist 14 die ist 14 die ist 15 und die da ist 13 ich bin ein teenager ich auch hä ok... also wir grüßen sie liebe robin ganz liebe grüße gehen raus und ich oder robin ich hoffe ich habe es nicht abgesprochen ganz liebe grüße und das war's für dieses video Das geht denn jetzt bitte auch auf den neuen abonniert und sehr gerne meinen kanal und aktiviert das habsche glöckchen dann bin wir jetzt immer schön bei euch Wenn ich euch wieder nerven mit einem neuen Video. Nein, aber das war's jetzt. Habt euch lieb. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Pantom. Das ist Mobi. Ich glaube, vielleicht ließe ich einen Rich. Nein, wir wollten mal anfangen irgendwann. Du bist so momentiert. Ja, ich weiß. Wir müssen anfangen. Das war's jetzt. Das war's jetzt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017